In einer Welt, in der Raum und Zeit kostbare und begrenzte Ressourcen sind, liegt der Schlüssel in automatisierten Fader- und Lagersystemen. Die Firma Stöcklin Logistik AG ist Spezialistin für Intralogistiksysteme und betreut Kunden unterschiedlichster Industrien. Mit kundenspezifischen Gesamtsystemen in der Lagerlogistik und der automatisierten Lagerverwaltung sichert sie den innerbetrieblichen Materialfluss effizient und zuverlässig. Das 1934 gegründete Unternehmen wird 1995 von Urs Grütter übernommen und für die Digitalisierung umgestaltet. Im Jahr 2020 erfolgt der Umzug von Äsch nach Laufen auf ein 26'000 Quadratmeter grosses Areal. Hier werden die Systeme geplant und grösstenteils auch hergestellt. Stöcklin bietet unter einem Dach ihren Kunden von der Planung über Projektierung, über Produktentwicklung, Produktion, Softwareentwicklung, alle Lösungen, die es braucht, um im Interlogistikmarkt erfolgreich zu sein. Mit Kundendienst suchen wir einen nachhaltigen Kontakt mit unseren Kunden und helfen ihnen, ihr Geschäft erfolgreich zu bestreiten. Die Stöcklin Logistik AG beschäftigt in Laufen rund 320 Mitarbeitende und fördert Lernende in fünf Ausbildungsberufen. Dazu kommen Niederlassungen in 13 Ländern. Zu den weltweiten Kunden zählen namhafte Unternehmen wie beispielsweise die Competech-Gruppe, zu der unter anderem der grösste unabhängige Schweizer Online-Händler Brack.ch gehört. In dessen Logistikzentrum in Willisau werden über eine Viertelmillion Artikel gelagert und jährlich fast vier Millionen Pakete ausgeliefert. So trägt die Firma Stöcklin Logistik AG mit intelligenten Logistiklösungen dazu bei, dass ihre Kundschaft wettbewerbsfähig bleibt. So trägt die Firma Stöcklin Logistik Confers flights, auf der unter anderem der Beklein. So trägt sie die Konex-Gruppe. So trägt die Firma Stöcklin Logistik-Gruppe, So trägt die Firmen-Werbsfähig. So trägt sie mit der Bekleinungen dazu bei, dass ihre Produkte auf die Produkte auf der Bekleinung etwas mont collapses. Vielen Dank.